Berufsbildner müssen sich viel zu oft immer den Vorwurf anhören, die Berufsbildung hinkt hinterher. Ganz gleich, um welches Thema es sich handelt, insbesondere bei der Digitalisierung. Die Berufsbildung hinkt hinterher. Auch das Thema OER fasst in der Berufsbildung nicht so leicht Fuß. Allerdings können wir beobachten, dass gerade Berufsschullehrkräfte sich immer mehr für das Thema interessieren. Um jetzt aber OER für den Berufsbildungsbereich zu erstellen, brauchen Lehrkräfte zum Beispiel zur Erstellung von 360-Grad-Anwendungen, AR- oder VR-Anwendungen, geeignetes Bildmaterial. Und dieses Bildmaterial können die ausbildenden Betriebe und überbetrieblichen Schulen zur Verfügung stellen. Hier also mein Wunsch. Ich würde mir wünschen, dass im Berufsbildungsbereich Materialien insbesondere über die Lernortkooperation geteilt werden. Und in einem zweiten Schritt vielleicht noch darüber hinaus. Eine ideale Plattform dafür bietet das FWU mit dem Hubs, dem Hub für die beruflichen Schulen. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020